Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 393. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich nackt. Aus verschiedenerlei Gründen. Ich bin durchaus bekleidet, angezogen, aber der Blitz hat eingeschlagen. Nicht in dieses Haus zum Glück, sondern in der Nachbarschaft. Leider tatsächlich in ein Haus, es ist aber keine Person zu Schaden gekommen. Wohl aber erheblicher Sachschaden und zwar hat der Blitz in einen Neubau eingeschlagen und die gesamte Elektrik der Sicherungskasten ist irgendwie geschmolzen. Und in der gesamten Nachbarschaft sind Fernseher und Internetanschlüsse und alles mögliche kaputt. Wir sind 300 Meter weg ungefähr von dem Blitzeinschlag, 250, 300 Meter. Und es hat auch unseren Internetanschluss getroffen. Zuerst dachte ich, die Fritzbox sei nur beschädigt, weil die immer wieder neu gestartet ist, wenn man sie eingeschaltet hat und gar nicht dazu gekommen ist, mal dauerhaften Betrieb aufzunehmen. Aber auch eine neue Fritzbox, die ich gestern dann beim Mediamarkt des Vertrauens, dem einzigen Laden, der hier bis später, bis nach meinem Feierabend offen hat, wo ich dann mal eben sowas holen kann, geholt habe. Interessanterweise gibt es noch immer das gleiche Modell, 7490 ist immer noch aktuell. Es gibt einen Nachfolger, der aber laut dem Mediamarkt-Mitarbeiter nicht mehr kann als das andere. Irgendwie ein bisschen schnelleres WLAN, aber ansonsten das Gleiche und es ist nicht mehr rot, sondern weiß. Aber naja gut, egal. Ich habe das Ding mitgenommen, obwohl ich von der Versicherung noch irgendwie nichts weiß, ob ich das Geld bekomme. Die Hausratsversicherung hat gesagt, ich muss irgendwie einen Beleg dafür haben, dass das alte Gerät irreparabel kaputt sei. Und das konnten sie mir beim Mediamarkt nicht ausstellen. Bisschen ärgerlich, aber das kriege ich schon nach hinten, ansonsten schicke ich das da eben ein. Nur leider mit der neuen Fritzbox funktioniert es auch noch nicht. Das heißt, zusätzlich zur Fritzbox, die sich jetzt immerhin nicht mehr ständig neu startet, ist noch irgendwas anderes kaputt. Wahrscheinlich die Telefonleitung. Hoffentlich nicht hier im Haus, dass hier irgendwas aufgestimmt werden muss. Noch viel weniger hoffe ich, dass das vom Haus bis zur Straße irgendwo ist. Ich hoffe, der Techniker von der Telekom kann das gut durchmessen. Der kommt morgen Nachmittag und das dann korrekt finden. Ja, entsprechend habe ich kein Internet und das fühlt sich schon mal nackt an. Aber natürlich gibt es noch Handys. Das ist allerdings merkwürdig irgendwie. Also kein Festnetztelefon, darauf bin ich jetzt nicht so angewiesen. Aber eben auch kein DSL, kein schnelles Internet. Und deswegen ist hier gerade alles ein bisschen anders. Also allein schon das Fehlen des Internets fühlt sich komisch an. Aber auch diese Situation, wie ich jetzt hier sitze und aufnehme, fühlt sich sehr merkwürdig an. Denn das ist komplett anders als normal. Ich habe keine Live-Sendung. Normalerweise sende ich ja live. Und dann gibt es eine ganz liebe Shownoter, die da irgendwo sitzen und dem lauschen, was ich hier erzähle und aufschreiben, was denn da so kommt. Und Notizen machen und Links raussuchen und Kapitelmarken schreiben und an die ganzen wertvollen Sachen. Geht halt nicht ohne Internet. Ich könnte das natürlich jetzt über mein Handy irgendwie streamen. Weiß ich aber nicht, ob das so zuverlässig ist. Das wollte ich gar nicht erst ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Episode jetzt irgendwie gleich noch über das Handy hochladen kann. Wie lange das dauert. Und zur Not muss ich das morgen aus der Firma dann veröffentlichen. Ja, das fühlt sich komisch an. Aber wenn ich schon keinen Stream habe, dann brauche ich auch keinen Computer. Denn aufnehmen kann ich auch mit meinem Rekorder. Ich habe so einen Zoom H6. Das ist ein mobiler Rekorder mit Mikrofon. Ich benutze jetzt nicht das eingebaute Mikrofon, sondern wie gewohnt mein schönes Sennheiser MK4 oder wie das heißt, Großmembran-Mikrofon. Sodass es wenigstens so klingt wie normal. Da sollte jetzt kein Unterschied sein. Denn auch normalerweise benutze ich meinen Rekorder, dieses Zoom H6 als Audio-Interface. und streamen dann ins Netz. Und die Streaming-Software NiceCast, die hat so eine Aufnahme-Funktion und die benutze ich einfach immer zum Aufnehmen, weil ich ja sowieso nichts schneide. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch so. Aber jetzt steht hier kein Computer. Keine Kabel sind verlegt. Ich habe einfach nur meinen Rekorder durchaus am Strom angeschlossen, damit der nicht die Batterien leer lutscht. Und mein Mikrofon hier mit so einem Ständer vor der Nase. Gut, das mit dem Mikrofon und dem Ständer sieht normal aus, aber dass hier kein Computer ist, auf dem ich sehen kann, dass da ein Chat ist und so, irgendwie fühlt sich das sehr nackt an. Genau. Aber es ist ja auch mal was anderes. Und Abwechslung kann ja auch immer mal zu Kreativität führen oder zu, weiß ich nicht, raus aus dem Trott. Ein bisschen die Komfortzone verlassen. Den Alltag durchbrechen. Ich weiß nicht. Also schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Es ist halt irgendwie schade, dass ich keine Show-Notes bekomme. Aber auch damit werde ich leben können. Und ihr, meine Hörer, ich weiß sowieso nicht, wie viele Leute die lesen. Für mich ist das allerwertvollste halt die Kapitelmarken an dieser Sache. Und das zweitwertvollste ist halt die bessere Auffindbarkeit im Netz. Denn Google durchsucht halt keine Audiodateien, keine Sprache, sondern Google findet nur Text. Und wenn dann zumindest im Text in den Show Notes drinsteht, worum es denn geht in dieser Episode, dann kann jemand, der nach dieser Information sucht, zum Beispiel Serverprobleme in der letzten Episode oder davor mittelalterlich Fantasiespektakel. Und wenn danach jemand sucht, dann könnte er diese Episode finden. Und das ist natürlich ganz interessant. Also das finde ich ganz gut. Ja, ich fühle mich außerdem nackt, weil ich mich entschieden habe, keine Frisur mehr haben zu wollen. Ich bin die letzten Jahre immer noch mal brav zum Friseur gegangen, alle vier oder sechs oder acht Wochen ungefähr. Ich habe recht hohe Geheimratsecken. Und ich hatte mir schon immer gesagt, wenn die Geheimratsecken oben so zusammenwachsen auf der Stirn und ich dann vorne nur noch so ein Püschel habe, dann kommen die Haare ab. Ganz so weit ist es noch nicht. Ein bisschen was wächst hier noch da vorne in diesem Dreieck, aber es wird halt immer dünner. Meine Haarpracht von damals. Ich weiß nicht, wenn ich ein Foto von meinem Führerschein angucke, dann hatte ich halt lange braune Locken und viele Frauen haben mich um meine Haarpracht beneidet. Viele Männer weiß ich gar nicht, vielleicht auch. Aber ja, das war schon toll. Da war ich auch stolz drauf, habe ich auch gut gepflegt immer. Mein Papa hat immer, wenn er dann mal von seinen Ratskollegen oder von anderen aus dem Dorf zuhören gekriegt hat, dass seine Jungs doch so ungepflegt aussehen, hat er immer sehr entrüstet reagiert und gesagt, also so häufig wie meine Jungs sich die Haare waschen und kämmen und pflegen, die sind so gepflegt wie sonst noch. Und das sah auch meistens einigermaßen gepflegt aus. Ist jetzt vorbei. Es gab, wenn ich beim Friseur war, meistens so eine Phase, ungefähr eine Woche, nachdem ich dort war, fing das an und hielt dann für zwei, drei, vier, fünf Tage, dass ich mich halbwegs wohl gefühlt habe, so wie mein Kopf so aussah. Aber sobald die Haare ein bisschen länger geworden sind, sieht es halt bescheuert aus, wenn vorne so ein bisschen Fisselkram lang wächst und an den Seiten und hinten wird es irgendwie dann lockig, wenn das irgendwie ein bisschen zu lang wird. Und ja, es sieht halt blöd aus. Also lange Haare wachsen lassen kann ich mir einfach nicht mehr. Und wenn ich halt direkt vom Putzer kam, habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, weil das halt immer so nackt aussah. Und dann dachte ich, warum soll ich so viel Geld für einen Putzer ausgeben? Putzer ist bei uns hier so ein Wort für Friseur oder für die Friseurin. Wenn ich mich so wenig damit wohlfühle. Und jetzt habe ich mir einen neuen Langhaarschneider gekauft. Ich hatte schon mal einen Langhaarschneider. Ich hatte mir schon mal den Kopf irgendwie mit einem Langhaarschneider geschoren. Fand das dann aber nicht so toll und habe das dann nochmal mit ein bisschen Haaren probiert. Jetzt ist die Sache vorbei. Und soeben hat meine Frau mir den Kopf geschoren auf 26 Millimeter. Also nicht ganz kurz, also noch nicht, ich habe noch keine Glatze, aber es ist jetzt halt einfach alles gleich lang und ich habe keine Frisur mehr, sozusagen. Ja, richtig nackt ist es noch nicht, aber ich muss mich erst dran gewöhnen. Und vielleicht wird es tatsächlich dann im Laufe der Zeit eher kürzer als länger, je nachdem, wie sich das hier vorne auf meiner Stirn so entwickelt. Ist irgendwie schade, aber letztendlich, meine Güte, was soll ich da Eitelkeit irgendwie vor Pragmatismus laufen lassen? Ich finde irgendwie, wenn es eh nicht mehr so gut aussieht, dann brauche ich es auch nicht versuchen zu kaschieren. Und dann ist das jetzt eben so, muss ich mich damit abfinden, vielleicht so eine mönchartige Einstellung dazu finden. Mönche sind ja auch rasiert, so buddhistische Mönche zumindest. Und die haben ja irgendwie die Suche nach der inneren Ruhe. Vielleicht hilft einem das ja dabei. Ist zumindest so. Das, wie ich es mir jetzt gerade schön rede. Genau. Internet ab, Haare ab. Ist noch irgendwas nackt? Nee, aber ich bin heute das erste Mal seit drei Wochen wieder mit dem Fahrrad in die Firma gefahren, beziehungsweise nach Finkenwerder. Und da habe ich mich auch ganz schön, zumindest so kalt gefühlt, als wäre ich nackt gewesen. Heute Morgen hat es geregnet. Ich bin trotzdem mit dem Fahrrad gefahren. Ganz tapfer habe ich mich da gefühlt. Das war so ein dauerhafter Nieselregen. Also kein starker Regen, sondern es tröpfelte halt die ganze Zeit mal ein bisschen stärker, dann wieder ein bisschen weniger. Letztendlich war ich halt klitschnass, als ich dann da war. Schuhe, Socken komplett durchnässt bis auf die Haut. Und das war dann schon eher unangenehm. Ich habe halt keine Gamaschen- oder Neoprinschuhe. Unterm Körper war halt auch alles nass, aber das ist dann nicht so schlimm. Ich habe die Jacke in der Firma aufgehängt, die war dann abends wieder trocken. Drunter hatte ich so ein 200er Merino-Woll-Icebreaker-Shirt. Finde ich ganz angenehm, aber weil es halt nicht so schnell stinkt. Aber das war halt noch so klamm. Und dann abends da wieder reinsteigen in so klitschnasse Socken und klitschnasse Schuhe. Und so ein klammes Hemd. Und die Hose ist ja eh, also ich habe dann so eine Fahrradhose, eine kurze auch getragen. Wir waren heute Morgen 12 Grad, da kann man durchaus kurz fahren. Aber es war nicht so angenehm. Und auf dem Rückweg hatte ich dann auch Gegenwind. Und ich bin wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Training raus. Nach drei Wochen nicht gefahren und habe auf dem Hinweg ordentlich Gas gegeben. Und als ich dann heute Abend wieder losgefahren bin in der Firma, dann muss ich immer noch ein bisschen Fahrrad fahren, bis ich dann bei der Fähre bin. Beziehungsweise wenn gerade eine kommt, steige ich direkt am Fernleger einer Firma auf. Aber da war halt gerade keine. Dann dachte ich, fahre ich mal die Elbe runter, der Fähre hinterher. Mal gucken, wie weit sie ist. Und dann sah ich sie kurz bevor sie in Oewe-Gönner angelegt hat. Und musste dann sehr, sehr schnell fahren, um diese Fähre zu kriegen. Habe dann also voll in die Pedale getreten, habe die Fähre gerade so bekommen. Also der letzte Fahrgast war gerade aufgestiegen, als ich auf den Fähreanleger kam. Und der Kapitän hat dann freundlicherweise gewartet, bis ich auch dann auf der Fähre drauf war. Aber also es waren dann halt noch so fünf Sekunden, die er auf mich gewartet hat. Das war sehr nett. Aber ich war halt dann da schon vor diesem Sprint, das sind so zweieinhalb Kilometer, war ich dann doch ganz schön erschöpft. Und die 35 Kilometer, die ich dann noch nach Hause fahren musste, waren dann doch eher eine Quälerei. So leichter Gegenwind, auch kein schlimmer Gegenwind, so dass man sich wirklich beschweren könnte. Aber schon einer, der so bremst. Und man kann sich halt nicht einfach rollen lassen. Und die Kraft war alle, von dem Sprint und von der Morgensfahrt und so. Das ist ganz interessant. Also wenn ich morgens in die Firma fahre, fühle ich mich in der Firma total gut. Ich war den ganzen Tag über energievoll, obwohl ich heute Nacht kaum geschlafen hatte. Aber dann auf der Rückfahrt, da fehlt es dann. Also da habe ich richtig so an den Beinen gemerkt, wie sie wehtun. Und da war dann auch keine Lust mehr da, mich jetzt noch anzustrengen. Das ging auch einfach nicht mehr. Na ja, da bin ich dann mit einem sehr langsamen Schnitt nach Hause gekommen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich glaube so 21 oder so. Also für mich ist das langsam. Auf dem Hinweg hatte ich halt ganz, ganz leichten Rückenwind. Auch mehr so seitlichen Rückenwind. Und da hatte ich einen 28er Schnitt. Fand ich ganz gut. Das ist für mich schnell. Ja, es hat Spaß gemacht heute Morgen auch im Regen. Irgendwie hat es Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht. Manchmal macht sowas ja auch Spaß. Wie dem auch sei. Was ich euch erzählen wollte ist, ich war in Boston. Und zwar, das ist auch der Grund, warum es letzte und vorletzte Woche gar keine Podcast-Episode von mir gab. Weder Realitätsabgleich noch einschlafen. Ich hatte das Mikrofon oder ich hatte ein Mikrofon. Mein kleines Gormick hatte ich mitgenommen. Weil ich dachte, in der ersten Woche dort wäre einschlafend dran gewesen. Kann ich ja probieren. Aber Pustekuchen, das Hotel, in dem ich dort war, war direkt über eine Autobahn gebaut. Über die Interstate, die nach Boston reinführt. Von Westen oder nach Westen aus Boston rausführt. Wie auch immer. Und direkt über dieser Autobahn, über diesen Interstate, wie heißen die, Highway, keine Ahnung, Motorway, war mein Hotelzimmer. Im fünften Stock. Aber halt direkt unter mir sind dann sozusagen die Autos längs gefahren. Und die LKW und die Busse und alles. Und es gibt ja viele große Autos dort. Und viele laute LKW. Die, naja, war nichts. Also da konnte ich keinen Podcast aufnehmen. Und in der zweiten Woche fehlte mir dann die, da war es zwar leise, wo wir dann gewohnt haben, aber da fehlte mir die Kraft. Komme ich gleich zu. Ich bin am Dienstag, dem 2. Mai rüber geflogen. Am 1. Mai war ich noch hier. Das war dann Montag. Da haben wir hier den örtlichen Maibaum aufgestellt. Und tatsächlich zum dritten Mal hängt dort das Schild vom Einschlafen-Podcast ganz oben links im Maibaum. Hat mich gefreut. Das hatte ich ja vor drei Jahren dann mal anfertigen lassen. Und seitdem hängen sie es halt jedes Jahr wieder dran. Also man muss nicht jedes Jahr ein neues Schild machen oder so. Sehr nett. Und das macht auch Spaß, den aufzustellen. Ich helfe auch immer beim Hochdrücken. Da machen gar nicht so viele Leute mit bei dem Aufstellen. Der Bürgermeister hat dies Jahr gesagt, das macht dann wohl mal die Dorfjugend. Aber die Dorfjugend hatte wohl in den Mai reingefeiert, in Kampen, auf dem Saal und lag noch in Sauer. Da war keine Dorfjugend. Das ist ganz interessant, wenn man zu so einem Dorffest geht. Und da sind nur die Elterngenerationen, also ab meinem Alter, ich bin jetzt 42, und Kinder. Kleine Kinder, die haben ganz viel Spaß. Die rennen rum und spielen auf der Wiese und klettern hinten in die Bäume und alles Mögliche. Erholen sich zwischendurch Pommes und Kuchen und so und was man so braucht und verschwinden dann wieder. Das ist ganz lustig, wenn das ganze Dorf, alle Kinder vom ganzen Dorf spielen dann zusammen. Genau, die Jugendlichen fehlen. Das ist ganz lustig zu beobachten. Nee, also Jugend war nicht da, da mussten wir Männer halt wieder ran. Das ist ganz schön anstrengend, so einen Baum aufzustellen. Nicht, weil das so schwer ist. Das ist zwar auch ganz schön schwer, wird zwar jedes Jahr leichter, weil der Baum halt weiter trocknet, der große Stamm. Aber das Anstrengendste beim Mai beim Aufstellen ist doch irgendwie das Trinken, weil man ständig Pause machen muss. Und irgendwer kommt mit so einem Tablett Bier an und dann muss man immer Bier trinken. Leider gab es Krombacher und die Leute in dem Wagen konnten auch nicht richtig zapfen. Da war dann irgendwie kaum Kohlensäure drin. Und Krombacher ohne Kohlensäure schmeckt dann ja auch irgendwie nicht. Ich meine, welches Bier schmeckt schon ohne Kohlensäure? Genau, das hatten wir noch gemacht am 1. Mai und abends Angrillen im Freibad. Am 1. Mai wird traditionell in Tostet das Freibad eröffnet. Ein kostenloses Freibad, in dem auch die DLRG arbeitet. Meine Frau und meine große Tochter sind ja Mitglied. Also wir sind alle Mitglied, aber die beiden sind aktiv in der DLRG. Und da ist dann immer Angrillen von der DLRG abends noch. Ganz nett. Ja, Dienstag dann mit der Bahn zum Flughafen und rüber geflogen. Ich habe mich entschieden für Island Air dieses Mal, weil ich es irgendwie nett fand, mal in Island zu landen. War ich noch nie. Und weil das so ganz praktisch ist, so einen Flughafen in der Mitte zu haben. Also nicht wirklich in der Mitte der Strecke, aber sonst, wenn ich in die USA geflogen bin, hatte ich immer einen kurzen Flug, entweder nach London oder nach Frankfurt oder so und dann einen langen Flug über den Teich rüber. Die waren immer besonders lang, weil die halt nach San Jose oder so waren, also in San Francisco, an die Westküste. Und jetzt ging es nach Boston und da ist halt Reykjavik fast in der Mitte. Also dreieinhalb Stunden habe ich nach Reykjavik gebraucht und dann fünfeinhalb Stunden von Reykjavik nach Boston. Auf dem Hinflug hatte ich nicht viel Zeit in Reykjavik, da war anderthalb Stunden oder so. Und ich habe halt nur schnell was zu essen gegriffen, einen kleinen Laden gesehen. Ich bin dann auch gar nicht aus diesem Terminal raus, wo die Flüge waren. Also irgendwie, weiß ich nicht. Und ich hatte gar kein Bild bekommen von diesem Flughafen. Das habe ich erst auf dem Rückweg gesehen. Das ist dann auch ein bisschen größer. Zumindest war das nur ein ganz kleiner Laden mit Souvenirs und isländischem Whisky und so ein bisschen Geröll halt, was keiner braucht. Und eine kleine Ecke, wo man sich was zu essen kaufen konnte. Also mehr so ein Supermarkt. Ein Kühlregal mit Sandwiches und eine Ecke, wo Pizza aufgewärmt worden ist. Sehr merkwürdig. Sehr teuer auch. Sehr teure Pizza, irgendwie 14 Euro oder so. Und nicht lecker. Einfach nur so aufgewärmte Pappe. Ja, war nicht so gut. Egal. Der Flug war okay. Iceland Air. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie noch ein Upgrade zu machen von Economy auf Komfort, heißt das bei denen. Bei Lufthansa ist das, glaube ich, Premium Economy oder Economy Plus oder so. Bei United gibt es das auch. Bisher konnte ich das immer ganz gut machen, weil ich so lange Beine habe, dass ich dann irgendwie so einen Platz bekomme, wo ordentlich Beinfreiheit ist an den Notausgängen. Das ist mir da jetzt nicht geglückt. Und auf dem Flug von Recherweg nach Boston musste ich tatsächlich irgendwie ein, zwei Stunden stehen, weil das mir zu eng war da in den Sitzen. Aber es war ja ein Tagflug und dann war es eh nicht schlimm. Ich bin dann abends dort gelandet mit einem Uber vom Flughafen zum Hotel gefahren. Und ja, habe dann da mein Hotelzimmer über der Autobahn gefunden. Die erste Nacht war echt schrecklich, weil ich halt wirklich direkt darüber geschlafen habe und war halt auch so laut, dass ich kaum schlafen konnte. Aber wenn man in den Westen fliegt an einem Tag, dann hatte man halt einen sehr langen Tag. Ich hatte sechs Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, gefühlt, als ich dann im Bett lag, war es schon vier Uhr morgens. Aber faktisch dort, Ortszeit, erst zehn Uhr abends. Und ja, ich habe dann halt trotzdem geschlafen. Ich habe trotzdem am nächsten Tag gesagt, ich hätte gerne ein anderes Zimmer. Als ich dann morgens laufen gegangen bin und bei der Rezeption habe ich gesagt, das geht so nicht. Ich brauche ein anderes Zimmer. Ja, da habe ich halt irgendwie mein Zimmer wieder leer geräumt. Ich hatte da gar nichts ausgepackt. Den Koffer unten hingestellt, als ich dann zur Arbeit gegangen bin. Und abends stand der Koffer dann schon in einem anderen Zimmer, was ein bisschen ruhiger war. Auch nicht leise genug zum Podcast aufnehmen, aber zum Schlafen etwas angenehmer. Genau, arbeiten. Ich habe drei Tage in Boston gearbeitet, beziehungsweise in Newton. Das ist eine Stadt, die angrenzt an Boston oder auch ein Stadtteil von Boston. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher. Ich wollte das nochmal nachgucken. Also die haben immer von eigener Stadt gesprochen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht sind die auch einfach so zusammengewachsen, die Städte. Und ob es jetzt eine gemeinsame Verwaltung gibt oder so, bin ich mir nicht sicher. Und ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also Newton im Westen von Boston. So ein bisschen südwestlich von, jetzt weiß ich nicht wie der Stadtteil oder die Stadtteile, wo denn diese ganzen Unis sind. Also es gibt ja sehr viele Universitäten in Boston, unter anderem Harvard und das MIT. Am zweiten Tag habe ich mir morgens einen Bus genommen oder auch einen Uber. Ne, doch auch einen Uber, genau. War irgendwie einfacher. Und bin nach, zum Harvard Square gefahren und da ist dann halt irgendwie so ein bisschen Harvard gucken. Bin ich da einmal im Kreis gelaufen und dann von Harvard zurück zum Hotel. Das waren so sieben, acht Kilometer oder neun. Irgendwie sowas. Also keine, keine unüberwindbare Entfernung. Auch nicht zu Fuß. Und da läuft man immer so an so einem Fluss längs, der Charles River, glaube ich. Ich habe es vergessen, wie der heißt. Ist ja auch Wumpe. Aber also schon beim Laufen, beim ersten Tag bin ich einfach zum Fluss hin und auf der einen Seite runter und dann auf der anderen Seite vom Fluss wieder hoch. Wunderschön. Also ich hatte Glück mit dem Wetter morgens, war sonnig und ruhig und da waren so ein paar Jogger unterwegs und alle waren irgendwie sehr nett und also in sehr ruhiger Gegend. Also ganz, ganz entspannt. Leider auch ein bisschen langweilig. Also Newton selbst, da steppt jetzt nicht so der Bär. Aber vielleicht habe ich auch die richtigen Ecken noch nicht gefunden. Der Vorteil an dem Hotel war, dass es erstens recht preiskünstig war, was dann nicht überrascht, wenn man sieht, dass es über der Autobahn steht. Und zweitens ist es direkt gegenüber, also schräg gegenüber vom Büro. Denn Adobe, meine Firma, in der ich arbeite, die hat dort in Newton ein Büro, wo ungefähr 100 Leute arbeiten. Oder sie sagen, da sind eigentlich 200, aber da sind 100 regelmäßig da. Und eine davon kannte ich schon, die sich dort auch um Agilität kümmern, die Agile Coaches dort. Und zu denen hatte ich schon Kontakt aufgenommen und die hatte ich auch angespitzt, dass ich in der Woche drauf da zu diesem Gathering fahren würde. Und dass sie doch mitkommen sollen. Ich hatte die Möglichkeit, die da einzuladen. Das ist ja so ein Invite-only. Also man kann dort nur mit einer Einladung hin zu diesem Gathering. Und dann konnte ich die einladen und die haben es auch geschafft, sich da anzumelden. Und dann dachte ich, wäre es doch nett, wenn ich auf dem Weg dahin komme, ich eh in Boston vorbei, dann könnte ich da ein bisschen mit denen zusammenarbeiten. Das war total super. Also ich habe dann dort eine Retrospektive veranstaltet. So eine Rückschau auf das Erlebte und Geschaffte und Vergangene, um für die Zukunft zu lernen, was man denn anders machen möchte, um sich zu verbessern. Effektiver zu arbeiten oder mehr Spaß zu haben oder was auch immer. Und als ich dort war, hatten die zufällig gerade eine Retro geplant. Und zwar eine große Projektretrospektive. Also wir machen das immer alle zwei Wochen, macht jedes Team so eine Retrospektive, um halt kontinuierlich sich zu verbessern. Und da machen die das auch, aber da war halt gerade ein Projekt abgeschlossen und live gegangen. Und da gab es dann über das ganze Projekt eine Retrospektive, wo auch andere Teams eingeladen waren. Und das war dann also recht groß, als ich das dann gehört hatte, dass das so eine große Retrospektive ist, die ich da veranstalten soll. Ich war so ein bisschen nervös, auch weil da sehr viele Teilnehmer nicht im Büro waren, sondern über Videokonferenzen zugeschaltet waren. Sowohl in San Jose als auch in Seattle und in Dublin waren da Teilnehmer. Und das bin ich halt nicht gewohnt. Normalerweise, wenn ich so eine Retrospektive veranstalte, sind alle in einem Raum und ich kriege genau mit, wem es wann wie geht und kann irgendwie entsprechend moderieren. Aber ja, da war das nicht ganz so einfach und auch das mit dem Arbeiten ist da nicht so einfach. Also wenn ich dann Daten sammle in der Retrospektive, dann schreiben die Teilnehmer ihre Ideen, worüber sie gerne reden würden, einfach auf einen Zettel und pappen das an die Wand. Das geht dann da natürlich nicht. Da muss man also immer Online-Lösungen dazu finden und da gibt es durchaus viele gute Sachen. Aber für das, was wir machen wollten, nämlich eine Zeitleiste, den zeitlichen Verlauf des Projekts nochmal abbilden, inklusive der Informationen, ob die Ereignisse, die da aufgeführt werden auf der Zeitleiste, positiv für das Projekt oder das Team waren oder negativ. Und da gibt es halt nichts und das haben wir dann mit so einem Google-Drawing gemacht und war so halbwegs gut. Also es hat ganz gut funktioniert und die fanden das ganz spannend, was ich mir da so ausgedacht hatte. Aber so ein bisschen aufgehalten hat es dann schon. Ja und ich konnte auch bei einer Retrospektive teilnehmen. Das war insgesamt ganz spannend. Die haben da auch so einen Buchclub, wollten sich dann treffen zum Buch besprechen. Dann habe ich noch einen guten Buchtipp bekommen über diesen Buchclub in der Firma. Die lesen halt alle einfach alle gemeinsam ein Buch und treffen sich dann alle zwei Wochen und für eine halbe Stunde und reden halt darüber, was da so drin steht. Gerade geht es um das Buch The Coaching Habit von, ich habe den Autoren vergessen. Aber wenn man das bei Amazon eingibt, dann ist das gleich der erste Treffer. Sehr cool, ganz kurz, übersichtlich und auch locker geschrieben. Also sehr leicht zu lesen, einfach verständlich und ich glaube ganz hilfreich. Da lernt man halt, wie man sich Coaching zu einer Gewohnheit machen kann. Ja, fand ich ganz gut. Ja und dann waren diese drei ersten Tage, die waren da relativ schnell vorbei. Am ersten Abend habe ich dann mit den Arbeitskollegen noch ein Bierchen getrunken. Am zweiten Abend weiß ich gar nicht mehr, was haben wir da gemacht. Ich glaube nix, einfach früh ins Bett, weil ich dann doch müde war. Und am dritten Abend bin ich ins Science Museum gegangen. Denn ich habe am Mittwoch, glaube ich, noch irgendwie einen alten Bekannten angeschrieben. Jan Tayo, der wohnt in Boston mit seiner Familie. Verena kenne ich auch, seine Frau. Und zwei Kinder haben die auch. Vier und null Jahre, also ein halbes Jahr oder so. Und die habe ich eh wenig gesehen. Also wir kennen uns noch aus der Uni. Und dann haben wir gemeinsam einen sehr guten Freund, wo wir uns dann auf Geburtstagsfeiern gesehen haben. Und so, also keine engen Freunde, aber also halt so nette, gute Bekannte. Man mochte sich damals und hat sich halt ein paar Mal gesehen. Und ja, die wohnen halt in Boston, da habe ich die halt angeschrieben. Hast du Lust, dass wir uns treffen? So, ja, cool. Und dann die Kinder hätten dann Lust oder wenn du Lust hast, können wir ins Aquarium gehen oder ins Science Museum. Und dann habe ich mir das so angeguckt. Ich hatte von den Sachen schon gehört, wollte ich mir was aussuchen oder gucken, was vorschlagen. Da habe ich gesehen, es gibt da so einen City Pass in Boston. Und mit dem kann man ins Aquarium und ins Science Museum. Und auf den Prudential Tower, das ist so ein Hochhaus, was so ein bisschen außerhalb von der, also ein bisschen westlich von der Downtown Skyline steht. Und das hat ganz oben halt irgendwie im, weiß ich nicht, 32., 35. Stockwerk oder so, hat es einen 360 Grad Rundgang mit Fenstern, sodass man halt auf die Stadt gucken kann. Und das ist halt ganz cool, dass es so ein bisschen außerhalb der Skyline steht, weil man halt nicht mittendrin von lauter anderen Hochhäusern umgeben ist, sondern halt so einen schönen Blick auf die Skyline hat und eben auch einen Blick auf den Rest der Stadt. Und eine Hafenrundfahrt oder irgendwas anderes, habe ich jetzt vergessen, ist auch noch mit in diesem City Pass drin. Und wenn man das macht, spart man halt irgendwie die Hälfte der Eintrittspreise, weil das ist doch ganz schön teuer. Habe ich mir also so einen City Pass gekauft und das Einzige, was ich Freitagabend machen konnte, war das Science Museum. Da habe ich zwei Stunden dort verbracht. Viel mehr Zeit hätte ich auch gar nicht gebraucht. Erstens war ich noch ein bisschen müde. Zweitens ist das Science Museum zwar schick, beziehungsweise also eher toll und eher nicht so schick. Also es ist alles schon so ein bisschen alt. Es ist ein Museum. Aber die ganzen, also es gibt halt viele so Experimente, wo man was ausprobieren kann oder wo man durch ausprobieren was lernen kann. Und ich mag sowas total gerne. Ich habe das ja auch schon oft erzählt hier im Podcast, wie wir damals in Schweden bei Tom Titz waren, südwestlich von Stockholm oder in diesem Museum in München, wo man unten ins Bergwerk reingehen kann und so. Und das finde ich immer ganz cool. In Berlin gibt es auch, haben wir auch gemacht und auch das Universum in Bremen, wo wir letztens mit der Familie waren, ist eigentlich auch sehr ähnlich. Und ja, das Science Museum sollte halt sowas ähnliches sein und das ist es auch, hat mich jetzt nicht ganz so geflasht, weil ich weiß ja auch nicht genau warum. Also ich habe wenig gesehen, was ich so noch nicht gesehen hatte. Und es gab so ein paar Versuche, die immer ganz nett waren, aber irgendwie kam es alles auch schon so ein bisschen wie aus den 80ern vor. Also ich weiß gar nicht, wie alt das Science Museum ist, aber es war so, ja eher so retro-schick irgendwie alles, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Stimmt wahrscheinlich nicht, ist bestimmt irgendwie neuer, das ist alles, aber weiß ich nicht. Etwas abgenutzt wirkte es. Ja, und an dem Science Museum dran war noch ein Planetarium, da habe ich aber gar nicht rausgefunden, wie ich da noch hätte reingehen können. Ich finde ja Planetarium total geil, aber dafür war es dann wohl auch schon zu spät. Egal, war dann auch schon abends um neun oder so hat das dann zugemacht. Und dann bin ich wieder zurück, und am Samstag habe ich mich dann mit Jantajo und Verena und den Kindern getroffen. Und das war total nett. Also wir haben uns in einem Frühstückslokal verabredet, das sie empfohlen hatten. Soundbytes in Somerville. Die wohnen in Somerville und haben halt Soundbytes empfohlen. Das ist echt ganz cool. Also da gab es ganz tolle Sachen zu essen. Ich habe Ex-Benedikt mit Lachs gegessen. Sehr, sehr lecker. Und dann gibt es halt irgendwie Kaffee und Orangensaft. Und dann hatten wir noch Obstsalat und alles Mögliche. Und dann haben wir es erstmal geklönt. Und die Große, die Vierjährige ist ja die Große bei denen, oder Viereinhalb oder so, die musste sich natürlich erstmal daran gewöhnen, dass da jetzt ein komischer anderer Mann ist, den sie nicht kennt und der spricht auch noch Deutsch. Sie versteht natürlich Deutsch, weil ihre Eltern Deutsch sind, aber sie sprach halt die ganze Zeit Englisch. Ich glaube, das liegt daran, dass sie mit Englisch halt überall verstanden wird. Und, keine Ahnung, habe ich gar nicht gefragt, warum sie mit Englisch spricht. Na, irgendwann ist sie aufgetaucht und konnte ich mich auch mit ihr unterhalten. Das war ganz nett. Genau, und dann sind wir irgendwann losgezogen Richtung Aquarium. Und das war auch sehr nett. Also, schönes Aquarium. Nicht ganz so beeindruckend, wie das Troparium bei Hakenwerks in Hamburg. Da war ich nun gerade irgendwie vor einem Monat oder so. Allerdings gibt es dort in dem Aquarium in Boston einen Seewassertank, der so eine Säule ist und in der Mitte von dem ganzen Ding steht. Das heißt, man geht die ganze Zeit so außenrum immer so ein bisschen aufwärts. Und außenrum sind lauter Aquarien und man kann sich lauter Sachen angucken. Ist auch toll, aber man sieht halt immer dann in der Mitte diesen Tank schon stehen. Und da sah man dann die Leute dann so runtergehen. Also, das war schon klasse. Also, in der Mitte des großen Raumes unten drin waren Pinguine und in der Mitte war halt diese Riesensäule. Das ist wirklich groß. Also, kann man schon fast mit diesem Riesen-Aquarium am Ende vom Troparium von Hakenwerks vergleichen, wenn ihr das kennt. Da ist halt so eine Riesenscheibe, die ist irgendwie 20 Meter breit und 10 Meter hoch oder so ein unfassbar großes Aquarium, in dem dann Haie und Rochen und was weiß ich was schwimmen. Und hier in diesem Seewassertank in der Mitte schwammen halt auch ganz viele große Fische und Moränen. Und ganz oben waren zwei Schildkröten, also richtig große Schildkröten von da drin. Das sah schon echt toll aus. Ja, ein Riesen-Oktopus, einen großen Oktopus, habe ich da auch zum ersten Mal so gesehen. Fand ich sehr beeindruckend. Und, ja, eine große Anaconda war da auch noch. Also, wo man wirklich nicht erahnen konnte, wie lang das Viech eigentlich ist, weil es halt ewig lang sich da aufgewickelt hat. Und ich habe das Ende gar nicht gefunden, so ungefähr. Ja, das war ganz schick, das Aquarium, genau. Dann sind wir danach noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben ein bisschen am Wasser längs gelaufen. Und ich muss sagen, Boston gefällt mir echt gut. Also am Samstagnachmittag hatten wir auch das Glück, dass dann das Wetter wieder gut war. Samstagvormittag hat es geregnet. Nachmittag ging es dann. Frisch, also nicht gerade warm. Windig, aber schön sonnig dann. Und dann, das passte schon irgendwie. Das Klima in Boston ist anscheinend sehr variabel. Im Winter kann es bis zu minus 20 Grad oder noch kälter werden. Celsius. Ich benutze immer noch Celsius, auch wenn ich da drüben irgendwie immer gucken musste, wenn die über Fahrenheit reden, was sie dann wohl meinen. Und im Sommer bis zu 30 Grad plus. Und sehr, sehr warm und trocken. Und auch dort kommt der Wind halt meistens aus dem Westen. Genau wie hier ist halt auch Nordhaltkugel und unsere Breiten kein großer Unterschied. Und da ziehen die Luftmassen dann vorher über Land und nicht wie bei uns über Wasser mit der Nordsee und dem Atlantik. Und dadurch ist das Klima dort halt deutlich extremer als hier, wo wir immer diese schön vorgewärmte und angefeuchte Luft vom Atlantik, vom Golfstrom bekommen. Ja, ganz interessant. Und die Stadt, also nicht nur vom Wetter her hat es mir gut gefallen, sondern es ist halt so ganz anders als San Francisco oder San Jose, weil die Straßen nicht so schachbrettartig angeordnet sind. Also typische amerikanische Stadt ist ja, alle Straßen sind durchnummeriert und alle irgendwie parallel und rechtwinklig zueinander so. Und dann gibt es da diese Blöcke. Sondern das ist irgendwie deutlich organischer gewachsen. Es gibt Kurven, es gibt spitze Winkel, es gibt stumpfe Winkel, es gibt alles Mögliche. Also sehr nett und die ganze Stadt ist eine sehr bunte Mischung aus sehr alten Häusern. Also nicht so alt wie Europa offensichtlich, aber es gibt da halt dieses Gebäude, in dem sich die Tea Party irgendwie gebildet hat. Das steht da noch, ich habe die Namen alle vergessen von den Gebäuden, aber es sieht so ein bisschen aus wie eine alte weiße Kirche. Und dann gibt es da so ein altes Hochhaus, das da irgendwie, ich weiß nicht, eines der ersten Wolkenkratzer Amerikas war oder so. Und dann gibt es aber ganz viele neue Hochhäuser mit Glasfassade und hast du nicht gesehen und so. Also ein sehr, sehr witziger, bunter Mischmasch. Es gibt auch so ein paar 70er Jahre Hochhäuser, also die so nach 70er Jahren aussehen. Das eine hat so goldene Fensterrahmen oben so rum, so mit so Bögen irgendwie, sieht sehr edel aus, ist aber auch nur ein Bürohochhaus. Und ja, warum nicht? Ich habe den Namen vergessen. Also der hat auch keinen besonderen Namen, heißt einfach so wie die Straße, an dem es steht. Genau, so das, da kann man dann, kann man da ein bisschen rum. Wir wollten noch auf den Prudential Tower, aber da war dann die Hälfte gesperrt, weil da gerade eine private Veranstaltung war. Und dann haben wir das, habe ich das auf den Sonntag verschoben. Denn am Sonntag hatte ich auch noch ein bisschen Zeit in Boston und da bin ich dann erst ins Champions-Boston gefahren. Das ist noch eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte am Freitag das Spiel FC St. Pauli, nee, Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli gucken. Denn St. Pauli stand noch im Abstiegskampf und wollte dieses Spiel unbedingt sehen. Ortszeit wäre 12.30 Uhr gewesen, mittags. Und dann dachte ich, na gut, Freitag muss ich so arbeiten, aber dann Mittagspause. Können wir ja machen, ist so eine lange Mittagspause dann, aber hey, passt schon. Es ist Freitag und ich bin in Boston und die Retrospektiven sind alle abgeschlossen. Habe ich per Twitter gefragt, wo in Boston man denn dieses Spiel sehen könnte. Und jemand hatte mir Champions-Boston vorgeschlagen. Und Champions-Boston hat dann auch per Twitter geantwortet, Ja, ja, come catch the match with us, also komm und guck dir das Spiel mit uns an. Bin ich dann also in der Mittagspause erstmal in den Laden nebenan gegangen. Da war auch eine Sportsbar, aber eine deutlich kleinere. Die haben das Spiel aber nicht gehabt, zeigen können. Also schnell in den Bus gesprungen, Viertelstunde gefahren und war dann zwar schon nach Anpfiff, aber egal, beim Champions-Boston. Und die konnten das Spiel nicht zeigen. Die hatten das nicht. Da habe ich mich natürlich geärgert, denn da haben wir es ja per Twitter extra gesagt, dass ich kommen soll. Und das war sehr ärgerlich, aber die Mädels da konnten einfach wirklich nichts machen, haben auch nochmal Double-Check, nochmal nach hinten gelaufen, geguckt. Und dann bin ich halt sehr enttäuscht und auch so ein bisschen sauer wieder abgezogen und habe dann auch per Twitter nochmal geschrieben, Leute, wenn ihr es nicht zeigen könnt, dann lade ich mich halt nicht ein. Das ist echt blöd, dass ich jetzt irgendwie da mit dem Bus extra angerauscht bin. Und das war denen natürlich sehr peinlich und wollten es dann wieder gut machen, dass ich da auch dieses Spiel nicht sehen konnte und den Aufwand im Bus gehabt und so. Und dann haben wir gesagt, komm, laden wir dich halt zum Frühstück ein, kommst du Sonntag oder so. Also je nachdem, wann du es schaffst, wäre toll, wenn du uns noch eine Chance gibst. Und dann dachte ich, na gut, Sonntagfrüh um 9.30 Uhr, Ortszeit Boston, hat der HSV gespielt und habe ich gefragt, habt ihr denn das Spiel HSV gegen Mainz? Ja, das haben wir. Gut, dann bin ich halt hingefahren, Sonntagfrüh, habe die erste Halbzeit HSV gegen Mainz geguckt. War langweilig, aber das Essen war gut. Also es war wirklich total nett, da so zu sitzen. Ganz viele große Bildschirme, da haben sie extra, also die wussten dann auch schon, dass ich komme, die waren echt gut vorbereitet. Dann wollten es wirklich wieder gut machen, ihren Lapsus. So schlimm fand ich es dann, ehrlich gesagt. Ich fand, sie haben es auch ein bisschen übertrieben. Aber die waren alle darauf eingeschworen, haben für mich jetzt halt ein tolles Erlebnis zu machen. Und das haben sie auch geschafft. Also da wurde ich halt irgendwie auf einen guten Platz gesetzt und direkt ins Fernseher vor mir wurde halt HSV gegen Mainz angemacht. Und ich durfte halt vom Buffet essen oder à la carte, egal. Dann haben sie gesagt, nimm mal lieber das Buffet. Da gibt es auch tolle Omelettes. Und dann, ja gut, dann mache ich Buffet. Ja, das war dann wieder so ein Omelett-Triesen, wo man sich halt selber aussuchen kann, was denn in das Omelett reingebraten werden soll. Und das wurde dann halt frisch für mich zubereitet. Und das war sehr lecker. Und auch alles andere, was auf dem Buffet war. Also zwei Räume Buffet. War schon echt reichhaltig. Hab ich ordentlich satt essen können. Ganz viel Kaffee getrunken. Und frisch gepresster Osav wurde ständig nachgeschenkt. War schon echt sehr luxuriös. Und am Ende kam dann tatsächlich noch mal der Manager an und gab mir noch mal seine Visitenkarte, falls noch irgendwas ist. Wir haben sich also sehr darum gesorgt, diesen Absatz wieder gut zu machen. Das fand ich total nett. Das war fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber na gut. Warum nicht? War dann ganz nett. Ich habe nur die erste Hälfte vom Spiel geguckt. Nicht nur, weil das Spiel doch recht lahm war. Es gab ein paar ganz gute Chancen für Mainz, die dann aber der Martenia, der Keeper von HSV, sehr, sehr gut gehalten hat. Der hat den einzigen guten Eindruck gemacht sozusagen. Alle anderen haben nur so ein bisschen gekrampft. Zum anderen hatte ich ja noch mein Ticket für die Hafenrundfahrt und die ging dann schon um 11 Uhr los. Also konnte ich dann nur die erste Halbzeit gucken. Hafenrundfahrt war cool. Das war so ein historical sightseeing trip durch den Hafen. Sehr schön. Auch wieder halt sehr sonnig dann am Sonntag. Einfach durch den Hafen schippern. Erst so ein bisschen an der Skyline längs und dann raus zu den Inseln. Vor Boston sind irgendwie unfassbar viele kleine Inseln und auch größere Inseln. Und ich habe gelernt, dass 75 Prozent der Landmasse von Boston künstliches Land sind. Das ist also fast so wie in Holland, wo irgendwie ganz viel Land gewonnen worden ist durch Aufschüttung und Absperrung und sonst wie was. Ganz interessant. Ja, und natürlich noch ganz viele andere Sachen gelernt. Also über diese Architektur dort, über die Dinge, was das alles für Inseln sind. Eine der Inseln ist ein riesiger Müllberg, wo sie früher mal ihren Müll abgeladen haben. Das kann doch nicht weitergehen. Letztendlich haben sie den Müllberg angezündet. Und dann hat da irgendwie 10 Jahre oder 15 Jahre lang oder so der Müllberg gebrannt, bis sie es dann irgendwann wieder löschen konnten. Skurrile Geschichte. War wohl eher eine schlechte Idee. Sowohl den Müll da hinzukippen, als auch das dann anzuzünden. Nun ja, aus WLAN wird man hoffentlich schlauer. Mittlerweile haben sie ziemlich viel Arbeit reingesteckt, das Wasser dort im Hafen wieder sauber zu machen. Es gibt auch ein riesengroßes Klärwerk dort und ja, alles Mögliche. Ich glaube, die haben die Umwelt mittlerweile ganz gut im Griff. Es gab sowieso zwei durchgehende Themen in Boston, die mich da begleitet haben. Das eine war Umwelt und Naturschutz kam immer mal wieder vor. Die haben die gleichen Mülleimer wie in Hamburg, Big Belly. Das sind so große, also an den Straßen, große Mülleimer mit so einer Klappe. Und alles, was drin ist, wird komprimiert, zusammengedrückt durch Solarenergie. Da ist halt oben ein Solarkollektor drauf und dann wird das komprimiert. Und das hat halt den Vorteil, dass der Müll nicht so oft eingesammelt werden muss. Und dadurch müssen weniger Müllautos rumfahren. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Habe ich in Hamburg halt auch schon gesehen, die Dinge. Und fand ich ganz lustig, dass die in Boston auch da sind. Ich weiß gar nicht, wie weit die so verbreitet sind. Ich hatte sie außer in Hamburg noch nicht irgendwo gesehen. Gibt es bestimmt noch mehr. Und das andere Thema, was überall präsent war, war Immigration. Und zwar mit einer extrem positiven Konnotation. Also an allen Ecken und Enden. Und das war dann so mein letzter Ausflug an dem Sonntag. Da habe ich dann auch schon die erste Teilnehmerin von dem Gathering getroffen. Die Jo aus Südafrika war auch schon eingetroffen. Wir waren zusammen auf dem Prudential Tower und haben da dann, also da war dann alles geöffnet und konnten wir da diesen Rundgang machen und auf die Stadt gucken von oben. Und das war sehr, sehr schön. Der Ausblick ist fantastisch. Und das Wetter war halt auch toll. Und die Stadt sieht von oben noch interessanter und netter aus als von unten. Denn man sieht nicht nur viele interessante Häuser und Architektur, sondern auch ganz viel Grün. Das war jetzt im Mai natürlich gerade alles frisch aufgesprossen, sozusagen aufgeblüht. Und im Sommer soll da noch mehr sein, sollen noch mehr Grün sein. Aber es gibt viele Parks, große Parks. Aber auch außerhalb der Parks sieht man sehr viele Bäume. Und das kommt natürlich dann auch daher, dass man von diesem Prudential Tower aus gut in die Stadtteile reingucken kann, wo keine Hochhäuser sind. Da, wo Hochhäuser sind, sieht man natürlich dann auch keine Bäume. Aber da, wo die Häuser alle ein bisschen niedriger sind, da kann man durchaus die Bepflanzung an den Straßen sehen. Und es gibt doch erstaunlich viel Grün in dieser Stadt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich auch sehr an Hamburg erinnert. Insgesamt Hafen und Grün und interessante Stadtarchitektur. Okay, Hamburg hat keine Skyline. Hamburg hat keine solchen Wolkenkratzer. Ich glaube, das höchste ist jetzt, ich weiß nicht, ist die Elbphilharmonie? Nee. Da ist im CCH, das Radisson ist halt irgendwie hoch. Und ansonsten hat Hamburg keine Skylines. Das vermisse ich auch gar nicht. Also ich brauche jetzt keine Skyline in meiner Stadt. Wenn, dann sollte es übrigens so eine sein, wie in Boston oder San Francisco oder New York, die halt sich wirklich dann Skyline nennen kann und nicht sowas wie in Frankfurt. Also nichts Böses über Frankfurt. Ich mag die Stadt, aber die Skyline ist irgendwie halt wenig beeindruckend, wenn man schon mal eine richtige Skyline gesehen hat. Naja, entsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, dass Hamburg gar keine hat. Aber ansonsten war halt irgendwie viel vergleichbar. Und auch vom Gefühl her habe ich mich gleich irgendwie zu Hause gefühlt. Das war eine tolle Stadt. Genau, Prudential Tower. Und das war dann auch schon so der letzte Ausflug. Und da oben war halt dieses zweite Thema. Immigration war da ganz sichtbar. Also wirklich an der Innenseite dieses Rundgangs waren halt ganz viel so Bilder und Geschichten und kleine Lautsprecher. Und fast überall ging es darum, wo die Leute alle herkamen, die in Boston groß und berühmt geworden sind. Dass das halt doch größtenteils Immigranten oder zumindest Nachfahren von Immigranten waren. Und dass das sowieso alle Immigranten sind, bis auf die paar Native Americans. Und dass Immigration was Gutes ist und Vielfalt was Gutes ist. Und das war sehr, sehr aggressiv schon fast, wie sie das dargestellt haben. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass Immigration was Gutes ist. Und es ist mir trotzdem dann halt aufgefallen, dass das Thema da sehr präsent war. Ich hoffe, das war auch schon vor Trump so präsent. Aber wer weiß das schon. Ich glaube nicht, dass sie die ganze Ausstellung da neu gemacht haben. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Boston mit dem Prudential Tower, der Hafenrundfahrt, meinen Spaziergängen durch die Gänge. Jan Tayo hat mir noch seine Firma gezeigt, die Büros von, das ist ja schon wieder vergessen, irgendwas mit C, K, 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 äh, kommen gar nicht drauf. Eine, ähm, Online-Cloud-Backup-Firma. Gleich komme ich drauf, wenn ich weiterrede. Macht nichts. Genau, die haben ein tolles Büro, ganz im Stil von Star Wars. Und in einer ganz netten Kneipe waren wir auch noch da schräg gegenüber von diesem von diesem Laden. Ich muss noch mal eben nachgucken, während ich hier rede. Wie der, und dann kann ich auch sehen, wie die, wie die Firma heißt. Die hatte ich mir da nämlich auch aufgeschrieben. Ja, genau, das hat mir alles sehr gut gefallen. Auch das Aquarium und Science Museum. Ganz, ganz toll. Also, falls ihr mal die Chance habt, nach Boston zu kommen, fahrt da ruhig hin. Ist nicht schlimm. Macht Spaß. Ja, und wie gesagt, dann am Sonntagnachmittag bin ich dann mit den Arbeitskollegen, zweien davon zumindest, und dem Rest der Truppe, das waren so 16 Leute, zum Retrospective Facilitators Gathering gefahren. Das ist eine Veranstaltung, da war ich letztes Jahr schon in Portugal und die ist mir sehr, sehr wichtig. Also da lege ich großen Wert drauf, da sein zu können, damit hinzugehen. Carbonite heißt die Firma übrigens. Genau, und die Kneipe, wo wir da noch ein Bierchen getrunken haben, heißt Stoddards Fine Foods and Ale in der Tempel Plaza oder Place, was heißt PL? ST heißt hier Wall Street? Place, nein, Sorge. Ähm, kann man kann man gute Craft Biere trinken. Sehr angenehm. Ja, ich wollte gerade sagen, hätte ja auch die Show Notes rausfinden können, aber nein, hab keine Show Notes heute. Gut, ja genau, Retrospective Facilitators Gathering, also worum es da geht, kurz gesagt, Retrospective, hatte ich ja eben schon gesagt, ist ein Meeting Format, ein Ritual, bei dem man regelmäßig versucht, durch Betrachten dessen, was man so erlebt hat und miteinander gemacht hat und anhand von Daten, beobachtbaren Daten, versucht rauszufinden, wie ist es dazu gekommen, dass es so war und was können wir machen, dass es noch besser wird. Dabei geht es nicht immer nur um Probleme, die man gefunden hat oder gehabt hat, sondern es können auch gute Sachen sein, die man analysiert und guckt und wie kann man die erhalten oder noch besser machen. Und dazu gibt es viel Theorie, wie man das gut macht und vor allem ein Buch, das heißt Agile Retrospectives Making Good Team Is Great von Diana Larsen und Esther Derby und Diana Larsen ist auch seit 2002 jedes Jahr bei diesem Gathering dabei, ich glaube zweimal hat sie gefehlt, einmal weil der Vulkan ausgebrochen ist der Eyjafajajakudel oder wie der heißt in Island und anders mal konntest ich halt nicht. Genau, die ist da immer dabei und ganz viele andere sehr erfahrene Leute auch, Ben Linders zum Beispiel, George Dinwiddie, das sind so Leute, die arbeiten als Consultants, als Freiberater, schreiben Bücher zu dem Thema und beschäftigen sich halt schon sehr lange mit Retrospektiven, Teambuilding und weiterem sind in der Szene bekannt und respektiert und treffen sich halt einmal im Jahr mit Gleichgesinnten, die sich eben auch für Retrospektiven begeistern, um gemeinsam zu lernen, was habt ihr erfahren, was haben wir erfahren, wie kann man es noch besser machen, was sind so die aktuellen Themen und das Beeindruckende an diesem Gathering ist, dass all diese Leute, also erstmal finde ich immer wieder beeindruckend, dass ich da sein darf, ich, ein Ex-Arbeitskollege, Eric Rappin, der mittlerweile bei Salesforce arbeitet in San Francisco, der hatte mich dazu mit eingeladen, weil er mich irgendwie kennengelernt hat bei Adobe und gesagt hat, Tobi, das ist das Richtige für dich, ich lade dich jetzt ein, komm nochmal mit hin und das, also ich weiß gar nicht, wie mir diese Ehre, also es fühlt sich an wie eine große Ehre und das andere, was mich da aber so beeindruckt ist, dass obwohl die anderen alle so hochkaräter sind, also ich zähle mich selbst noch nicht zu den Hochkarätern der retrospektiven Szene, habe noch nie einen Vortrag darüber gehalten oder ein Buch geschrieben oder sonst was, habe da jetzt halt so ein bisschen Erfahrung, wie man das macht und ein paar verschiedene Sachen ausprobiert, aber längst nicht so viel Erfahrung wie da viele andere und trotzdem ist das gesamte Klima dort, also die Stimmung ist irgendwie eins von, lass uns gemeinsam lernen, wir wollen alle noch besser werden und das ist diese Wertschätzung von allen und dieses respektvoll miteinander umgehen und neugierig sein und und wenn selbst Diana Larsen noch was von mir lernen will, das ist, es fühlt sich halt einfach gut an, nicht nur, weil sie mich dadurch wertschätzt, sondern weil ich auch merke, das sind keine Elfenbeinturme oder sonst was für Snobistische, wir sind sowieso die besten Leute, sondern die sind sich sehr bewusst, dass sie alle immer noch sich weiterentwickeln können und müssen, um am Ball zu bleiben und wollen halt einfach weiterlernen. Ist niemand eingebildet? Naja, vielleicht ein bisschen manchmal, aber das sind wir ja alle und wenn das dann irgendwie mal komisch wird, dann lacht man halt drüber und sagt, ja gut, jetzt lass uns wieder in den Lernmodus schalten und das funktioniert extrem gut. Das war eine sehr bereichernde Woche mal wieder. Fünf Tage Open Space. Open Space bedeutet, es ist eine Konferenz ohne Agenda. Die Agenda entsteht durch die Teilnehmer während der Veranstaltung. Jeder kann Sessions vorschlagen und weil es diesmal eine recht kleine Runde war mit nur 16 Teilnehmern, gab es auch genügend Raum, den man füllen konnte. Es gab keine Gedränge um die Plätze. Es passiert manchmal auf Open Spaces, dass dann irgendwie sich eine lange Schlange bildet und die Letzten halt gar nicht mehr drankommen, eine Session anzuhängen. Ist dann so ein bisschen komisch, aber ja, da ist so ein bisschen First Come, First Serve. War aber kein Problem. Also wir hatten einfach für alles genügend Zeit, haben das mit sehr viel Ruhe und mit einem sehr langsamen Tempo durchgezogen und das war ganz toll. Die Location war strange. Das war im Westen von Massachusetts. Also Boston lag auf dem Weg, aber man musste nochmal so zweieinhalb Stunden mit dem Auto nach Westen fahren, in den Berkshires. Das sind Berkshire Mountains, das ist so eine Hügelkette. Also keine hohen Berge wie in den Alpen, sondern mehr so mittelgebirgsartig. War ja letztes Jahr in der Rhön, nee, vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Ja, vergleichbar vielleicht. So. Und da mitten in den Bergen, auch außerhalb des Ortes, der Ort hieß Sheffield, Massachusetts und südlich davon so ein bisschen an der Ausgangsstraße lag dann dieses kleine Hotel, die Racebrook Lodge und dort fand das Ganze statt. Die Racebrook Lodge ist ein ehemaliger Bauernhof, glaube ich, umgebaut zu einem ganz kuscheligen kleinen Hotel. Das ist halt alles sehr rustikal, sehr einfach und auch so ein bisschen hemdsärmlich. Also vieles wirkte so, als würde es nur mit Gaffer-Tape zusammengehalten sein oder mit Nägeln. Also da waren einfach so Nägel reingeschlagen und guckten halt noch immer so raus und das war also alles andere als ordentlich oder fein oder sonst was, sondern sehr rustikal auch bearbeitet. Ist für mich kein Problem, komme ich mit klar. Unsere Veranstaltung fand statt in The Barn, also in der Scheune und eine Scheune ist tatsächlich halt dann auch nicht isoliert und morgens war das da ganz schön kalt. Hatte zwar eine Heizung dann drin, einen Heizlüfter, aber das dauerte dann noch eine ganze Weile und war dann auch laut, um das aufzuheizen. Das war so ein bisschen suboptimal, aber ansonsten war das da sehr cool. Also es passte. Das war nicht steril, wir hatten ganz viel Licht und man war halt auch sehr viel draußen, man musste halt immer draußen zwischen den Gebäuden hin und her laufen. Es hat zwar manchmal geregnet dann, aber das war dann auch kein Problem. Und immer wenn es nicht geregnet hat, konnte man eben auch draußen sein und draußen was machen. es gab da einen Wasserfall und zwar ist irgendwie ein Stückchen die Straße hoch war der Trailhead zum Racebrook Waterfall. Da bin ich dann morgens einmal hingelaufen, also am ersten Morgen bin ich dann längst gejoggt und wollte dann da mal hochjoggen und habe festgestellt, dass das irgendwie halt doch ganz schön steil ist und mit Joggen war da nichts mehr. war aber ganz lustig und dann am Nachmittag oder am zweiten Tag habe ich dann festgestellt, ich musste gar nicht da zu dem Trailhead laufen, sondern direkt vom Hotel aus, also direkt an unserer Hütte fließt halt der kleine Bach dann links und wenn man auf der anderen, wenn man über eine kleine Brücke auf die andere Seite von dem Bach geht, dann kann man da eben auch einfach hochlaufen. Das war total schön, dass man einfach dann in der Mittagspause oder abends oder morgens einfach nochmal innerhalb von einer Viertelstunde Wanderung da den Hügel hoch dann zu einem richtig tollen Wasserfeuer kommen konnte, wo einfach durch das Rauschen des Wassers und den schönen Blick, den man da hatte, das war irgendwie sehr, sehr schön. Ansonsten war da leider nichts in Sheffield. Also der Ort war langweilig, Great Barrington ist die nächste größere kleine Stadt, da konnte man so ein bisschen einkaufen und sowas, aber das war dann auch schon zehn Minuten mit dem Auto. Und es gab noch eine Craft-Bier-Brauerei Big Elm und eine Craft Distillery, die heißt glaube ich einfach Berkshire Distillery oder so. Die haben wir dann beide noch besichtigt am Donnerstag, spät Nachmittag Abend und noch Tastings gemacht. Sehr lecker. Also das Bier dort hat mir sehr gut gefallen. Ich bin eigentlich kein Fan von Stout, Craft Stout. Ich mag zwar Guinness, aber Craft Beer Stout hat mir bisher noch nicht geschmeckt. Und auch dort Jerry Dog, deren Stout Beer hat mir hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Aber dann hatten sie noch genau dieses Stout Beer gefinisht in Ex-Rumfässern aus der Distillerie von nebenan. Also die waren so fast nebenan. haben sich ein benutztes Rumfass geholt und da Stout Beer reingelagert für ein halbes Jahr neu mit Kohlensäure versetzt und dann abgefüllt. Und das ist der Hammer. Also es war wirklich extrem lecker. Da musste ich mir vier Dosen von mit nach Hause. Und wenn ihr irgendwie mal da hinkommt in die Ecke, probiert dieses Rum Dog Stout Beer von Big Elm. Total gut. Ja, diese Distillerie war halt klein. Mal lustig so eine Craft Distillerie zu besuchen. Nicht so klein wie die Feingeisterei auf Gut Basthorst, die ich auch schon mal besichtigt habe. Aber eben auch nicht so groß wie MacMura oder Talisgar oder die ganzen anderen großen Scotch Distillerien die ich gesehen habe. Macht eben auch nicht so viel. Macht Wodka, also hat eine große Vielfalt, macht Wodka Rum, Gin und Whisky. Bisher nur Bourbon, aber jetzt haben sie auch mal einen Single Malt angesetzt. Der ist aber halt noch lange nicht fertig. Den Bourbon und den Rum, den sie da machen, den finischen sie auch nochmal in Lafroig Fässern, also in rauchigen Fässern. Und das ist dann schon ziemlich lecker. na gut. Ansonsten war da nichts zu erleben. Natur, schöne Natur, hat auch Spaß gemacht, aber das ist dann mehr so, wenn man Wanderurlaube mögt. Oder Hippie ist, glaube ich. Also dieses Hotel, die Racebook Klatsch, das war sehr Hippie-artig, glaube ich. Würde mich auch nicht wundern, wenn da viel gekifft wird. Habe ich überhaupt nichts gegen, finde ich auch ganz lustig. Muss man aber mögen, wenn man da ist. Also wenn man ein ordentliches Hotel mit Komfort erwartet, dann ist man da eher falsch. Es gibt zum Beispiel nicht mal einen Haarfön auf dem Zimmer, auf keinem Zimmer. Die Zimmer sind alle unterschiedlich und das ist auch ganz lustig. Kann man sich vorher im Prospekt so aussuchen, welches Zimmer man denn haben möchte. Aber in keinem gibt es einen Föhn und zwei oder drei von den anderen haben sich dann an der Rezeption beschwert oder gefragt, wo kann man einen Föhn haben? So, nö, sie haben ein Handtuch. Ganz lustig. Ja, aber sehr nette, also sehr freundliche Leute auch. Hat schon Spaß gemacht. Genau, und ich bin jetzt noch inhaltlich ganz beseelt von den vielen Sachen, die ich da erfahren habe und meine Teams in Hamburg verdrehen schon wieder die Augen, was ich schon wieder alles für Sachen mitgebracht habe und neue Sachen machen möchte. Nein, die freuen sich natürlich auch, die schicken mich da extra hin, also mein Chef lässt mich da hinfahren, was ich sehr, sehr klasse finde. und ja, ich glaube, die Teams freuen sich. Ein neues Spiel habe ich mitgebracht, was ich jetzt auch in den Retrospektiven schon verwendet habe. Ich habe ja diese Storycubes, so Würfel mit Piktogrammen drauf und wenn man dann würfelt, kann man sie zur Kreativitätsförderung nutzen, was ich noch nicht kannte und jetzt letzte Woche kennengelernt habe, dann auch direkt von dort aus bei Amazon bestellt habe und gestern schon geliefert bekommen habe und gestern und heute schon eine Retrospektive benutzt habe, sind Haikubes. Das sind Würfel, auf denen auf fünf Seiten jeweils ein Wort steht, die sechste Seite ist leer und wenn man die würfelt, kann man aus den Wörtern, die man gewürfelt hat, Haikus formen. Das ist eine japanische Gedichtsform, wenn man da ganz genau nimmt, dann geht das eigentlich nur auf Japanisch, weil es die Gedichtsform ist so, dass es drei Zeilen gibt aus fünf und sieben und fünf Mohren. Was Mohren sind, habe ich aber, also steht auf Wikipedia, ich habe es allerdings nie so richtig verinnerlicht, stattdessen benutzen die meisten Leute einfach Silben. Das ist halt fünf Silben, nächste Zeile sieben Silben, nächste Zeile fünf Silben und fertig ist das Haiko. Muss ich nicht reiben, aber passt schon so. Ich mag diese Gedichtsform, weil sie halt stark einschränkt und Einschränkung ist immer Kreativität verhandelt, weil man eben eine Lösung für seine Einschränkung finden muss und das hat Spaß gemacht. Habe ich gestern und heute gleich in zwei Retospektiven, die ich jetzt gemacht habe, als Abschluss gemacht. So, gebt mir mal Feedback zu dieser Retospektive und zwar mit diesen Würfeln. Bitte schreibt mir einen Haiku und das hat denen Spaß gemacht. Das geht auch ratzfatz ganz schnell, man würfelt und dann suchen sich die Sachen hier aufgeteilt, ihr macht die erste Zeile, ihr die zweite, die dritte und dann los. Dann suchen sie sich halt Wörter aus und hier zack. Stellen natürlich schnell fest, so richtig sinnvoll kann das dadurch nicht werden, aber man kann zumindest einen Eindruck vermitteln, indem man irgendwie dieses Wort wählt und nicht jenes. Das ist ganz witzig. Könnte mal gucken, auf Amazon gibt es die für 23 Euro. Es gibt noch die Love Haikus, die habe ich jetzt heute erst bestellt, jetzt habe ich mich zuerst nicht getraut, die für die Firma zu bestellen, da gibt es dann halt Liebesgedichte, soll man dann machen, aber die kosten nur irgendwie 9,95 Euro oder so, dann habe ich die jetzt auch einfach nochmal bestellt und wenn ich die in der Firma nicht benutzen kann, weil die zu albern sind oder zu anzüglich, dann benutze ich die halt zu Hause. Na gut, es ist hier schon wieder so viel Zeit vergangen, die ich euch hier vollgelabert habe und es wird spät und ich muss ins Bett, lese ich euch doch einfach mal was vor und zwar erstmal den Rilke der Woche, der heißt heute gestern habe ich im Traum gesehen, gestern habe ich im Traum gesehen, ein Stern in der Stelle stehen und ich fühlte Madonna sprach diesem Stern in der Nacht blühe nach und ich nahm alle Kraft zu Rat und schlank aus des Hemndes Schnee streckte ich mich und das Blühen tat mir auf einmal weh. Mir tat auch alles weh, als ich mich auf dem Rückflug nach dem kurzen Schläfchen das war ein Nachtflug habe ich kurz geschlafen nicht viel weil ich nicht viel schlafen kann im Flugzeug aber da tat man auch alles weh ja kommen wir zum Elfenmärchen lese ich heute vom Kindle vor weil ich hier gerade sitze aus dem Buch nicht gut lesen kann das 20. Elfenmärchen heißt Daniel O'Rourkes Irrfahrten Jedermann hat von den Oh Moment erstens steht da noch in Klammern siehe auch die Anmerkung habe ich eben überlegt ob ich das vorlesen soll zweitens habe ich vergessen zu sagen Augen zu und zugehört macht man es einmal ohne Computer und ohne Live-Sendung schon passiert einem sowas Augen zu und zugehört Jedermann hat von den berüchtigten Abenteuern des Daniel O'Rourke gehört doch wie wenige wissen die wahre Ursache aller diesseits und jenseits erlebten Gefahren und doch war sie keine andere als dass er unter den Mauern der Fuka Burg eingeschlafen war ich kenne den Mann recht gut er wohnt in dem Tal von Hungry Hill rechterhand an der Landstraße die nach Berntree führt er war zu der Zeit wo er mir das letzte Mal die Geschichte erzählte ein alter Mann mit grauem Haar und roter Nase und es war den 25. Juni 1813 als ich sie von seinen eigenen Lippen hörte er saß eben und rauchte seine Pfeife unter einem alten Pappelbaum an einem so prächtigen Abend als noch einer am Himmel gestanden hat ich habe die Höhlen auf der Insel Dörsey gesehen und den Morgen zu Glen Gareth zugebracht ich bin schon oft angegangen worden Herr es zu erzählen und es ist daher nicht das erste Mal seht der Sohn unseres Herrn war auf der auf Reisen gewesen jenseits in Frankreich und Spanien wie es bei der jungen Herren Sitte ist ehe man noch etwas von Bonaparte oder seines gleichen gehört hatte und war nun zurückgekommen bei der Gelegenheit war der ganzen Umgegend ein Fest gegeben und vornehm und gering hoch und niedrig arm und reich eingeladen es waren lauter Ehrenmänner von altem Korn und Schrot mit eurer Erlaubnis sei es gesagt es ist wohl einem ein böses Wort herausgefahren und dann und wann ein Peitschenstreich ausgeteilt worden freilich doch wir hatten am Ende keinen Schaden davon und sie waren so leutselig und artig alles lief auf und ab und jeder war tausendmal willkommen da nagte keiner wegen eines wegen des Mietzins und der geringen Mittel da war kaum ein Pächter der nicht von der Milde seines Herrn mehr als einmal im Jahr Beweise erhielt jetzt ist es freilich anders doch ich will davon schweigen und euch lieber meine Geschichte erzählen also wir hatten alles aufs Beste und voll auf wir aßen und tranken wir tanzten und der junge Herr tanzte bei der Gelegenheit mit Gretchen Barry Damals ein schönes Paar doch jetzt ist es auch vorbei um mich kurz zu fassen ich bekam bei der Gelegenheit wie man zu sagen pflegt einen kleinen Hieb denn ich erinnere mich nicht recht wie es kam dass ich den Ort verließ und doch verließ ich ihn das ist gewiss ich dachte mir du willst dich aufmachen zu der Marie Cronahan zu der weisen Frau und ein Wort mit ihr über das junge Küchen reden das notwendig behext sein muss und als ich so auf den Schrittsteinen quer durch die Furt von Bally Aschenoch dahin ging und zu den Sternen aufblickte und mich segnete warum es war unserer Frauentag so glitt mir der Fuß aus und platsch fiel ich ins Wasser Donner und Hagel dachte ich jetzt bist du verloren in dessen hub ich an zu schwimmen und schwimmen immer zu was ich nur konnte bis ich endlich auf irgendeine Art denn wie es zugegangen ist weiß kein Mensch auf einer einsamen Insel landete ich wanderte da auf und ab ohne zu wissen woher ich wanderte bis ich zuletzt in einen großen Sumpf geriet der Mond schien so hell als der Tag oder die Augen eurer schönen Frau verzeiht Herr dass ich mir das zu sagen erlaube Seiten aber ich sah nichts als Sumpf und abermals Sumpf ich konnte nicht ausfindig machen wie ich hineingekommen war und mein Herz war kalt vor Angst denn gewiss und wahrhaftig das musste mein Totenhof werden ich saß da auf einem Stein welcher zu gutem Glück sich da neben mir fand riss mich mit den Haaren und blies trübsal nach Noten als auf einmal der Mond dunkel Mond bewegte aber ich konnte nicht sagen was es war doch es kam herab mit einer Kralle und schaute mir gerade ins Gesicht und was war es anderes als ein Adler so gut als je einer durch das Land Cary geflogen ist er schaute mir gerade ins Gesicht und sprach Daniel O'Rourke wie geht es euch gut Herr ich danke euch antwortete ich ich will hoffen ihr befindet euch auch wohl während ich nicht genug verwunden konnte dass so ein Adler sprach wie ein Christen Mensch was bringt euch hierher Daniel sprach er weiter gar nichts her ich wünschte nichts als dass ich wohlbehalten wieder nach Hause wäre ihr möchtet also gerne wieder von der Insel fort Daniel freilich her sagte ich und erzählte ihm ich hätte wohl einen Tropfen zu viel getrunken und wäre ins Wasser gefallen auf die Insel geschwommen und endlich in diesen Sumpf geraten jetzt wüsste ich nicht wie ich wieder raus sollte Daniel sprach er nach einem Augenblick nachdenkens es war von euch sehr unschicklich an unserer Frauentag euch zu berauschen doch da ihr sonst ein ehrbarer mäßiger Mann seid der ordentlich in die Messe geht und nach mir und den meinigen nicht mit Steinen wirft oder uns im Felde nach schreit so setzt euch auf meinen Rücken und haltet euch fest damit ihr nicht herabfallt ich will euch aus diesem Sumpf tragen lieber Herr sagte ich ich fürchte nur ihr treibt euren Scherz mit mir wer hat je gehört dass Stein senken gemacht es war leider wahr was er sagte denn ich fand dass der Stein jeden Augenblick unter mir sank ich hatte keine Wahl und dachte mir wer wagt gewinnt und das machte mir Mut so und jetzt bin ich tatsächlich von so müde das ist glaube ich noch der Jetlag und die kurze letzte Nacht dass ich hier eine Unterbrechung mache und euch nächstes Mal diese Geschichte zu Ende vorlese aber Leute die auf Adlern reiten wird es ja am Ende alles gut gehen haben wir am Herrn der Ringe gelernt ich wünsche euch ein alles Gute hoffe ihr freut euch dass ich wieder hier bin und wieder senden können in zwei Wochen geht es weiter hoffentlich im normalen Rhythmus dann jetzt erstmal wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute Gute Nacht ich habe euch alle lieb D D